Seit den letzten zwei Jahren gab es kaum eine Situation, die mich so richtig überrascht hat, bei der ich richtig verwundert war. Allerdings hat es mich jetzt wieder eiskalt erwischt. Als ich gehört habe und gesehen habe, dass die Grünen bei den letzten zwei Landtagswahlen in Deutschland dazugewonnen haben, da war ich für eine Sekunde wirklich perplex. Denn wenn man sich ansieht, was sich die Grünen nicht nur hier in Österreich, sondern auch in Deutschland in den letzten zwei Jahren geleistet haben, aber vor allem im letzten Jahr in Deutschland in der Regierungsverantwortung und wenn man dann genauer betrachtet, was denn so die Zukunftsvisionen dieser Partei sind, muss man sich schon sehr fragen, wollen wir das wirklich? Und diese Frage muss natürlich jeder für sich selbst beantworten, aber bitte geht mit offenen Augen durch die Welt und vergesst bitte nicht, was in den letzten zwei Jahren so gemacht worden ist und vergesst nicht und seht hin, was gerade gemacht wird. Denn, dass sich die Menschen das Leben kaum noch leisten können und dass man ihnen jeglichen Stein und jegliches Hindernis in den Weg legt, um ein glückliches und vor allem zufriedenes Leben in einem gewissen Wohlstand leben zu können, daran sind die Grünen natürlich nicht unbeteiligt. Und damit wir uns wieder einmal in Erinnerung rufen, wer die Grünen eigentlich so sind, ein ganz kurzes Fallbeispiel. Das haben die meisten von euch vermutlich eh schon mitbekommen. Ich finde es aber schon äußerst interessant, weil sich diese junge Dame genau in meinem Alter befindet. Emilia Fester, die berühmte Skandalgrüne. Emilia Fester hat sich darüber beschwert, dass ihr Job als Abgeordnete im Bundestag eine Aufopferung ihrer Jugend sei. Und das mit 24 und weit über 10.000 Euro Monatsgehalt. Man darf ja nicht vergessen, diese Abgeordneten bekommen noch Spesen dafür, reisen gratis im öffentlichen Verkehr und haben noch einen eigenen Chauffeur. Also da könnt ihr davon ausgehen, dass es sich hier um weitaus mehr Vergütung handelt, als nur diese 10.000 im Monat. Und ganz zu Recht hat sie dafür im Netz einen ordentlichen Shitstorm kassiert. Und das kann auch jeder nachvollziehen, wenn sich eine junge Frau, die unfassbar viel verdient, darüber beschwert, dass der Job so hart sei, für den sie so unfassbar viel verdient und für einen Job, zu dem sie niemand zwingt. Sie macht diesen Job freiwillig. Und wenn ich dann so an uns normalos in der freien Wirtschaft denke, die sich anstrengen müssen, um auch nur einen Bruchteil dessen zu verdienen, ist es natürlich klar, dass das nicht gut ankommt. Sie würde nämlich 80 Stunden in der Woche arbeiten. Da frage ich mich immer, 80 Stunden? Also wenn das als Resultat herauskommt, was sie so produziert, bei 80 Stunden in der Woche, wenn sie das in der freien Wirtschaft machen würde, dann hätte sie vermutlich ihren Job nicht mehr. Also 80 Stunden für was genau? Was genau wird hier an Mehrwert geschaffen als grüne Abgeordnete? Das ist immer die Frage. Oder meint sie damit etwa zum Beispiel ihre glorreiche Bundestagsrede? In der sie sich für eine Behandlungspflicht ausgesprochen hat? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall 80 Stunden in der Woche Arbeit für, ja, keiner weiß genau für was. Und wie gehen die Grünen mit dem Shitstorm in Netz um? Man könnte sich ja entschuldigen und sagen, ja, das ist schon fast eine Verhöhnung gegenüber der normalsterblichen Bevölkerung. Gerade in diesen Zeiten, in denen sich kaum noch jemand das normale Leben leisten kann. Das könnte man sich ja fast erwarten. Nein, natürlich nicht. Denn der Sprecher der grünen Jugend verteidigt fester natürlich. Ja, da muss man natürlich sich schützend vor diese arme Politikerin stellen. Und er meint, lass dich von den Treuen und dem Mob nicht unterkriegen. Ja, die normal arbeitende Bevölkerung, wie gesagt, wir, die Normalos in der freien Wirtschaft, wir sind die Treues und wir sind der Mob, weil wir uns darüber beschweren, dass uns unsere Politiker zum Narren halten und für blöd verkaufen. Ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Grünen ticken. Nach außen hin immer den toleranten, weitsichtigen, umweltfreundlichen Menschenschützer spielen. Aber in der Realpolitik ist man dann ein eiskalter, dialogisch verseuchter Politiker. Tja, und wenn die jungen Grünen schon so denken, dann könnt ihr euch vorstellen, was so in den Köpfen der älteren grünen Politeliten abgeht. Auf jeden Fall tun sie alles, nur nicht für euch arbeiten. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Vielleicht könnt ihr mir ja erklären, warum die Grünen in Deutschland solche Gewinne verzeichnen konnten in den Wahlen. Ich kann es mir persönlich absolut nicht erklären. Das ist für mich eine Entwicklung, die ich wirklich nicht verstehen kann. Schreibt es mir in die Kommentare. Was denkt ihr? Warum ist das so? Schaut noch auf Telegram vorbei, da versammeln sich ganz, ganz tolle Menschen. Und man kann noch völlig frei sprechen. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.